Pfeiffer fragt, der Politalk. Mehr verstehen, Meinung bilden. Heute kein Green Deal ohne Green Steel. Wie gelingt die Industriewende? Live aus dem Quartier von Thyssenkrupp in Essen. Ja, wir brauchen bis 2050 Klimaneutralität. Es sind nur noch 30 Jahre. Wir bauen normalerweise in Deutschland in 30 Jahren Umgehungsstraßen. Jetzt brauchen wir eine komplette Energie- und Industriewende. Das ist sehr anspruchsvoll, aber die Bundeskanzlerin würde vielleicht sagen, alternativlos. Und deswegen müssen wir da an das Thema ran. Wir alleine mit unserem Standort hier in Duisburg sind ungefähr für zwei Prozent der deutschen Emissionen verantwortlich. Das heißt, wir sind heute ein großer Teil des Problems, damit aber auch ein sehr großer Teil des Lösungshebels. Die gute Botschaft ist, die Technologien sind da. Es geht sie zu skalieren. Es geht sie jetzt mal groß zur Anwendung zu bringen, um auch Erfahrungen zu sammeln. Dazu bedarf es einer ganzen Menge Wasserstoff. Und ich glaube, da haben wir alle gemeinsam eine sehr große Herausforderung. Ich spüre eine sehr große Euphorie, auch in der deutschen Industrie. Ich mache ja gerade eine Tour durch Deutschland und besuche Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen und spüre da wirklich sehr, sehr großes Nicht-Nur-Können, sondern auch Mollern. Wenn wir die Ziele des Green Deals ernst nehmen, wenn wir die Ziele des Landes, des Bundes ernst nehmen, in Richtung Treibhausgas und Qualität bis 2050, dann geht es eben nicht ohne grünen Stahl. Und insofern ist das Ziel ein Stückchen weit gesetzt. Und das, was jetzt, glaube ich, wichtig ist, dass wir die Rahmenbedingungen politisch, aber auch Industrie schaffen, um den Einstieg in die grüne Stahlproduktion. Mehr als 50 Prozent der Großindustriegasmenge wird verteilt über die Stadtwerke, also kommt aus den Verteilnetzen. Und mehr als 90 Prozent der Industriekunden sind auch angeschlossen an den Verteilnetzen. Das heißt, die Dekarbonisierung der lokalen Industrie funktioniert natürlich nur, wenn wir den Wasserstoff auch in die Verteilnetze bekommen. Das heißt, kein Green Deal ohne Verteilung? Ohne lokalen Wasserstoff inklusive Verteilnetze. Nur über das Thema Stahl haben wir es tatsächlich geschafft, es in die Köpfe von Politikern wie zum Beispiel Ursula von der Leyen oder Franz Timmermann zu bringen. Ein spannendes Thema, gute Besetzung und ich denke, wir haben auch die ein oder andere neue Antwort auf Fragen auch hier entwickeln können. Das Gemeinsame Bemühen jetzt hier wirklich voranzukommen, das spüre ich in allen Häusern. Und ich sehe mich jetzt in der Tat schon als Dreieber aus dem BMBF heraus, um die Strategie jetzt hier auch zu einem Erfolg zu machen. Also quasi, Sie sind jetzt Mr. Wasserstoff und der Hirtenhund der Bundesregierung in Sachen Wasserstoff. Das finde ich in Ordnung. Uns ist sehr klar, bis 2030 werden wir allein den Wasserstoffbedarf, den wir bis dahin brauchen, mit Sicherheit, nicht grün irgendwie mit Pipelines bei uns vor Ort zur Verfügung haben. Wenn man die schottischen Kollegen zum Beispiel hört, die packen alle unsere Windfarmen von der Größe her in ihre Windgebiete und sagen, wir können immer noch eins oben draufsetzen. Und da produzieren wir dann den Wasserstoff, den wir nach Europa liefern. Also das ist unglaublich, wie viel Wasserstoff eigentlich entstehen kann in den Offshore-Farmen. Wer es schafft, Stahl zu dekarbonisieren, der hat eine Menge erreicht. Aber gleichzeitig, wenn wir das machen, muss man dem Stahl auch eine Chance geben. Die Stärke von Nordrhein-Westfalen ist eben die Forschung, Industrielandschaft, ist natürlich auch der Nachfrage. Schwerpunkt, den wir hier haben, anders als in anderen Bundesländern. Insofern ist die Power natürlich da. Wir sollten uns nicht die Illusion hingeben, auch unsere chinesischen Wettbewerber werden CO2-freien Stahl liefern. Alleine mit den Atomkraftwerken, die sie in großer Zahl in China errichten, werden sie das leisten können. Und sie werden das auch erneut zu niedrigen Preisen tun. Stefan Kaufmann ist wieder da. Er bewegt sich. Das Bild in Berlin ist warm. Die Sonne ist da. Das ist ein Live-Bild. Das freut mich. Da ist er wieder, lieber Dr. Kaufmann. Das ist eine spannende Geschichte. Gut, dass Sie Innovationsbeauftragte sind. Sie dürfen an den Fiberglas-Leitungen zwischen Berlin und Essen durchaus auch nochmal was tun, glaube ich. Da hilft uns das extrem, wenn wir sie dann unter einem hohen Datendurchsatz permanent on haben. Also bis Griechenland kriegen wir das von Essen aus hin. Ich operiere hier mit zwei iPhones und das eine hat sich gerade weg und überhiebt zum Verabschieden. Oh, okay. Ich sitze hier in meiner wunderschönen, aber sehr heißen Dachgeschosswohnung. Also wirklich ganz triviale Probleme, die sich hier stellen. Also Entschuldigung dafür. Man hat eben schon gemerkt, dass jemand ist, der sich vorbereitet auf ein Thema, der im Thema drinsteckt und ihm die Bälle auch aufnehmen konnte. Also das ist schon natürlich eine Kunst, die man beherrschen muss, ist nicht einfach irgendwas abzuarbeiten, was man sich vorher als fünf Fragen aufgeschrieben hat, sondern wirklich die Bälle aufzunehmen, das lebendig zu gestalten. Das hat mir gut gefallen. Da muss man sich schon gut drauf vorbereiten. Also es ist auch eine anspruchsvolle Moderation. Das ist nicht so an der Oberfläche, sondern man merkt, dass er da auch mit Herzblut rangeht. Und das finde ich auch sehr gut, weil dann kommen auch intelligente Fragen und da muss man schon seine Gehirnzellen auch zusammennehmen, um dann eine gute Antwort drauf geben zu können. Wir wollen bis zum Ende dieser Kommission, also von der Amtszeit von Frau von der Leyen, tatsächlich eine Million grünen, erneuerbar hergestellten Wasserstoff erreichen. Und im Jahre 2030 sollen schon zehn Millionen Tonnen sein. Das ist der Anspruch. Ich glaube, dass der Schwerpunkt jetzt erstmal auf der regulatorischen Seite sein muss, sodass Investitionssicherheit entstehen kann. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass das in einem freien Wettbewerbsrahmen passiert. Brüssel schaut gerade auf diese Grenzausgleichsmechanismen, Border-Texte, Adjustment, eine ganze Reihe von Vorteilen, aber auch eine ganze Reihe von potenziellen Nachteilen. Der österreichische Kanzler hat ja vor kurzem sogar CO2-Zölle ins Spiel gebracht. Im Grunde geht es ja darum, dass man importierten Stahl oder auch andere Produkte aus der Energieindustrie, dass man sozusagen ein zusätzliches CO2-Preisticket drauf macht. Wir haben ja extra deshalb auch einen Wasserstoffrat eingesetzt, der mit 26 hochrangigen Experten aufgesetzt ist. Da müssen diese Dinge besprochen werden. Und da wird man auch diese Fragen natürlich besprechen müssen und auch sehen müssen, wie wird das auch europäisch abstimmen. Ich halte das für zentral jetzt mal im Blick aus Sicht eines großen Industrie- und Energielandes wie Nordrhein-Westfalen. Die Stahlindustrie, die chemische Industrie, Mineralölindustrie stehen mit Blick auf Klimaneutralität 2050, wenn sich nichts ändern würde, vor dem Ende ihres Geschäftsmodells. Das muss man ganz klar sehen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich fand dafür, dass das Thema ja kein einfaches ist, technologisch. Zu später Stunde, an einem sehr heißen Tag, habe ich mich zumindest gut unterhalten gefühlt und ich hoffe, das geht Ihren Zuschauern genauso. Pfeiffer fragt. Der Politalk. Mehr verstehen. Meinung bilden.